Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Es kamen jetzt ein paar Tage keine neuen Folgen von mir, ich hatte mir einen kleinen Kurzurlaub gegönnt und jetzt bin ich quasi wieder für euch am Start und haue wieder Folgen raus. Ja, diese Folge wollte ich eigentlich auch schon sehr, sehr, sehr lange machen, weil mich dieses Schicksal irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sehr berührt hat. Ich habe schon Folgen hier auf meinem Kanal, wo es auch um Zerstückelung ging und um nicht gefundene Leichen, Indizienprozesse etc. Aber irgendwie hat mich dieser Fall doch ziemlich mitgenommen, muss ich sagen, weil zumindest laut einem Ermittler eigentlich etwas klar ist in dem Fall, was aber eigentlich, ja, nicht gesühnt werden kann. Aber mehr verrate ich jetzt erstmal nicht. Hört euch den Beitrag gerne an, bleibt dran, abonniert mich gerne bei Instagram, wenn ihr mögt, bei YouTube oder auf den Podcastportalen, da freue ich mich immer riesig drüber, auch auf Kommentare zu dem Fall am Ende der Folge freue ich mich auch immer sehr und jetzt beginnen wir. In der heutigen Folge soll es um den Mord an Christine Hader gehen. Christine Hader war 1991 eine 28-jährige Sprachstudentin aus München. Geboren war Christine in Vancouver in Kanada und aufgewachsen in Malaga in Spanien. Sie galt als eine selbstbewusste, intelligente Frau, die Welt stand ihr quasi offen. In München wohnte Christine in einem Apartment im Stadtteil Gern in der Böcklingstraße. Es war Dezember 1991. Christine plante Weihnachten bei ihrer Familie zu verbringen, die in Marbella in Spanien wohnte. Das Ticket dafür war schon gebucht, aber leider kam alles anders. Und dieser Fall wird auch den Kommissar im Ruhestand bis heute begleiten. Am 11. Dezember 1991 hatte Christine einen Grund zu feiern. Sie hatte ihr Examen am Sprachen- und Dolmetscherinstitut bestanden. So verließ sie am Abend mit schwarzem Pullover, Rock, Stiefeln, Handtasche und einem dunklen Mantel ihre Wohnung. Sie ging dann in das damals sehr angesagte Lokal Frunzberg, was danach mal als Big Easy gegeben hatte. Aber auch dieses ist mittlerweile geschlossen und das Lokal lag an der Frunzbergstraße 46 in München. In diesem Lokal lernte sie den damals 28-jährigen Bernd Schneider kennen. Den Namen habe ich geändert. Er ist ebenfalls Student bzw. damalig wohl auch Manager gewesen. Es wird unterschiedlich in den Zeitungen nämlich darüber berichtet. Er arbeitete aber auch als Hörerposten in einer größeren Firma, die unter anderem auch mit Autos zu tun gehabt hatte. Bernd Schneider, der gutaussehende 28-Jährige, schien wohl Eindruck bei Christine hinterlassen zu haben. Nach dem Besuch im Frunzberg nämlich, ziehen die beiden dann noch weiter, zur Nacht auf den 12. Dezember 1991 ins Nachtcafé am Maximilianplatz. Christine trinkt Wein, Bernd ein Weißbier, wo die beiden mit Bernds Wagen auch hingefahren waren ins Nachtcafé. Laut Bernds Aussage drängt Christine dann um 1.30 Uhr zum Aufbruch. Sie wollte noch in Schumanns gehen, eine Bar am Odeonsplatz. Bernd wollte Christine erst dorthin fahren, da sie laut seiner Aussage einen kleinen Schwips hatte. Die beiden tauschten dann wohl noch ihre Telefonnummern aus und trennten sich dann. Auch trennten sie sich, da laut Bernds Aussage er in einer glücklichen Partnerschaft leben würde. Am 13. Dezember geht allerdings von dem Bürotelefon von Bernd der erste Anruf auf Christines Telefon zu Hause ein. Christines Freundin Sarah, auch hier habe ich den Namen geändert, geht am 17. Dezember in Christines Wohnung, für die sie vermutlich einen Schlüssel gehabt haben muss. Die Tür in der Böcklingstraße 65 ist nur zugezogen, die Balkontür geöffnet. Draußen sind aber minus 20 Grad. Auf dem Balkon steht noch etwas Suppe, auf dem Herd Fleisch und Bohnen, eine geöffnete Rotweinflasche. Genau in dem Moment, wo Sarah in Christines Wohnung ist, ruft Bernd wieder an. Als Sarah dann fragt, wer dort ist, erzählt er von der Kurzbekanntschaft zu Christine und Sarah äußert ihre Bedenken und dass sie scheinbar verschwunden sei. Bernd gibt sich interessiert, was das Verschwinden angeht, möchte aber seinen Namen Sarah nicht nennen, da er eine feste Freundin habe und er hätte auch nur so angerufen, um sich nach der Verabredung, die sie gehabt hatten, mal nach Christine zu erkundigen. Immer wieder telefoniert Sarah ab und an mit Bernd. Schließlich ist er der Letzte, der Christine lebend sah. Mal fragt Bernd, ob Christine zurück ist, mal was die Suche macht oder die Polizei aktuell unternimmt. Er ruft auf Wunsch sogar Christines Mutter in Spanien an, die zudem auch krank war zu diesem Zeitpunkt. Sarah geht immer wieder zur Polizei, die den Fall anfänglich nicht gerade ernst nahm. Anfangs tat diese nämlich überhaupt nichts. Erst später, auf Drängen Saras, wird zumindest eine kleine Meldung an die Zeitung übergeben. Christine sei Ausländerin, volljährig. Sie hat sicherlich einfach nur München verlassen, ohne jemandem Bescheid zu geben. Die Qual geht über Wochen. Christines damals sehr kranker Vater stirbt in diesem Zeitraum. Die Mutter versucht in Spanien irgendwie Haltung zu bewahren, aber zerbricht langsam an der Sache. Vier Monate sollen vergehen, bis der Familie und Freunden die letzte Hoffnung genommen wurde, dass Christine noch leben könnte. Am 11. April 1992 entdeckt ein Mann um die Mittagszeit am Samstag einen Müllsack, der im sogenannten Bahnhofswald liegt. Das ist ein Waldgebiet auf dem Gebiet der oberbayerischen Gemeinden Neubiberg und Ottobrunn. Nur 200 Meter von der Anton-Bruckner-Straße unter einer Baumwurzel im Erdreich findet er den Müllsack. Der Mann öffnet den Sack und schreckt zurück. In dem Müllsack liegt ein Frauenfuß, ein komplettes linkes Bein, vom Rumpf abgetrennt und am Kniegelenk in zwei Teile gesägt. Die Untersuchung des Beins ergab, dass es Christines Bein war. Es wurde fachgerecht wie von einem Jäger, Metzger oder Arzt mit einer Flex zersägt und dann tiefgefroren. Am 14. August 1992 machte man den zweiten und letzten Fund von Christine. Im Isarechen bei Lanzhut trieb der rechte Unterarm von Christine an. Die restlichen Körperteile Christines sind bis heute unauffindbar. Die Polizei stellt nun weitere Ermittlungen im Fall von Christine Harder an. Es wurde zum Beispiel, den genauen Zeitpunkt weiß ich jetzt aber leider nicht genau, das Personal des Schumanns befragt, wo Christine ja laut Bernds Aussage am Abend noch hin wollte. Niemand in der Cocktailbar und die Polizei befragte das gesamte Personal, konnte bestätigen, dass sie dort angekommen war, wo sie angeblich ja diese Verabredung noch gehabt haben soll. Bernd wird natürlich auch von der Polizei befragt, bevor man die Leichenteile fand und auch danach. In den ersten Ermittlungen wird das Verhalten von Bernd nie hinterfragt. Er sagt zum Beispiel, dass sie gegen halb zwei nachts beschlossen hätten, wieder telefonisch in Kontakt zu treten. Anschließend sei Christine, wie ja eben schon erwähnt, auf dem Weg in Schumanns gewesen. Bernd rief seit dem 13. Dezember bei Christine an, bis einschließlich 17. Dezember jeweils zweimal täglich, bis Sarah dann ja mit ihm sprach, die dann ja in Christins Wohnung war. Auch ging Bernd zur Sprachschule von Christine, bat um ihre Anschrift, obwohl er diese bereits wusste. Keiner fragte damals, ob es normal ist, dass er Christine so oft anrief als vergebener Mann und keiner, ob es normal war, nach der Adresse zu fragen, die er bereits wusste. Und damals fragte man ihn auch, ob er Neubiberg kenne, den Leichenfundort. Er antwortete damals, dass er dort noch nie gewesen sei, ganz sicher, niemals. Auch rief eine Frau bei der Polizei an, um zwei Uhr morgens, die Aussagen unterscheiden sich da allerdings erheblich in den Zeitungen. Einmal wird von einem Anruf am 13. Mai 92 berichtet und einmal aus dem Jahr 2003. Diese unbekannte Zeugin jedenfalls, die ihren Namen nicht nennen wollte, sagte damals, sie kenne das Mordhaus und könne es der Polizei jederzeit zeigen. Die Angaben, die sie machte, waren allerdings mager. Ein Haus an einem Wald im Südosten Münchens, vermutlich bei H., Vaterstetten oder Neubiberg. Nach 20 Minuten legte sie auf. Die Polizei bittet bis heute die Zeugin, sich noch einmal zu melden. Die Polizei ging damals davon aus, die Zeugin hatte Angst, selbst Opfer zu werden. Sie könne sich aber nochmals melden und würde vertraulich behandelt werden. 1992 wird die Akte Christine Hader vorerst geschlossen. Die Ermittlungen kamen nicht weiter. Zwölf Jahre später wird sich dem Fall neu angenommen. Und es wird festgestellt, dass fast alles, was man über die letzten Stunden von Christine weiß, auf Berns Aussagen beruhte. Er wird 2003 nochmals vorgeladen. Diesmal geht die Vernehmung nur deutlich länger und weitere folgen. Den Ermittlern fallen schnell Widersprüche auf. Bei der ersten Vernehmung sagte er, es sei eine Idee gewesen, noch in ein anderes Lokal weiterzuziehen. Später behauptet er das Gegenteil. Anfangs deutete er auch an, Christine habe sich in ihn verliebt. Später wird er sagen, sie wollte ihn als billiges Taxi nutzen. Im ersten Verhör erzählte er auch von einem mysteriösen alten Mann, der Christine ansprach. Aber an sein Aussehen könnte er sich nicht im Geringsten erinnern. Auch erzählte er mal, er habe Christine damals so oft angerufen, da sie einen teuren Lippenstift in seinem Auto vergessen hatte. Er wollte ihn ihr zurückgeben. Später fand man in der Wohnung einen Kassenzettel von einem roten Lippenstift bei ihm. Den Beleg hatte er zwölf Jahre aufbewahrt. Aber nicht nur das bewahrte Bernd auf. Eine ehemalige Kollegin von ihm erzählte, dass etwa fünf Jahre nach Christines Verschwinden er völlig unvermittelt einen Zeitungsausschnitt gezeigt habe, den er vermutlich stets in der Geldbörse getragen hatte. Er sagte, diese Frau sei verschwunden. Die Kollegin fragte sich, was diese Aktion damals sollte. Auch über den Fund dort im Wald hatte er zur damaligen Zeit gelogen. Der Bruder der damaligen Freundin von Bernd lebte unweit vom Wald, wo die Leichenteile von Christine lagen. Er sagte, natürlich kennt Bernd auch Neubiberg. Auch bei Familienfesten hätte er sie dort besucht. Auch gibt es Fotos, die das zweifelsfrei belegen. Zur Mordzeit war der Bruder von Bernds damaliger Freundin im Skiurlaub. Nach seiner Rückkehr merkte er, dass eine Kettensäge aus der Garage fehlte. Bis heute kann der Bruder sich nicht erklären, wie die Abhanden gekommen ist. Und auch Bernds Freundin arbeitete sogar in Neubiberg. Dort holte er sie wohl ab und an ab. Auch findet die Polizei einen Zeugen, der zwischen dem 10. bis 20. Dezember 1991, ganz sicher welcher Tag das war, das weiß er leider nicht mehr, auf jeden Fall will er da einen Mann gesehen haben, zwischen 25 Jahren bis 40, schlank, er trug einen schweren blauen Müllsack in das Wäldchen, den er aus einem Kleintransporter geladen hatte. Erst wollte der damalige Zeuge Anzeige erstatten, da er dachte, der Mann will seinen Müll dort einfach entsorgen, aber dazu kam es dann nicht. Bernd, der zu der Zeit als Autohändler arbeitete, so die Ermittler, hatte Zugang zu Kleintransportern. Da er dort Abteilungsleiter war, konnte er auch ohne Fahrtenbucheinträge über Autos verfügen, auch über Nacht, wie er einen Ex-Kollege bestätigt hat. Auch die damalige Partnerin von Bernd wird befragt, ob sie jemals in dem Wald im Biberg mal zusammen spazieren waren. Sie sagte aus, sie brauche Zeit für eine Antwort, müsse sich Gedanken machen. Zu einer Aussage dazu kam es nie. Die Beamten befürchteten, die Freundin hatte damals Angst. Nach der ersten sehr langen Vernehmung nahm Bernd sich einen Anwalt, einen sehr guten, vermutlich teuren. Er argumentiert, dass man ja ein Haar im Müllsack fand, das nicht von Bernd stammte. Er prangerte auch in einer Zeitung die harten Verhörmethoden der Polizei an. Später setzt Bernd sogar eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für die Ergreifung des Mörders von Christine aus. Gerne hätten die Ermittler Bernd damals in U-Haft genommen, denn so ein ehemaliger Ermittler in der Sache, wer einsitzt, kann keine Spuren verwischen, kann keine Zeugen beeinflussen. Wer verhaftet wurde, über den wird gesprochen. Plötzlich reden Leute, die vielleicht vorher Angst hatten und sich dann sicher fühlen würden. Aber die Staatsanwaltschaft beantragte keine U-Haft für Bernd. Er hob keine Anklage, die Ermittlungen wurden eingestellt. Es gibt eben keine Beweise im Fall Hader, äußert der Ex-Ermittler. Keine DNA, keine Augenzeugen. Es gibt zwar eine Menge Spuren, die manche Staatsanwaltschaft wohl für starke Indizien betiteln würde, aber ein Strafverteidiger würde sie wahrscheinlich als Zufälle benennen. Die Staatsanwaltschaft entschied damals im Zweifel für den Angeklagten, anstatt ihn überhaupt erstmal anzuklagen, damit Richter entscheiden können. Wenn er nachts wachliege und an seine berufliche Laufbahn zurückdenkt, denkt er oft an den Fall Hader. Er äußert am Ende noch, wissen Sie, ich hatte einen Kollegen im Zimmer. Der hatte über 20 Jahre einen Fall an der Wand hängen und 20 Jahre lang, wann immer er Zeit hatte, kümmerte er sich darum. Drei Brüder hatten ihren Cousin ermordet und er wusste das die ganze Zeit und am Ende hat er sie doch gekriegt. Einen Mörder nicht zu finden sei eine Sache, sagt er. Aber einen zu finden und ihn laufen zu lassen oder laufen lassen zu müssen, eine ganz andere. So der Ex-Hauptkommissar Richard Thies über den Fall Christine Hader. Ja, meine Lieben, das ist jetzt die Zusammenfassung vom Fall Christine Hader gewesen. Das Video geht jetzt, beziehungsweise die Folge geht jetzt gerade 16 Minuten. Ich habe über den Fall schon zu Beginn meiner Podcast-Zeit erfahren und habe das auch so ein bisschen recherchiert und es geht ja auch diese Serienmörder-Theorie um, dass eventuell auch Sonja Engelbrecht und Bettina Trapphardt von einem Serienmörder ermordet sein könnten und auch der Fall Christine Hader würde eventuell dazu zählen, obwohl man mittlerweile im Fall von Bettina Trapphardt wohl von einem Suizid ausgeht, aber ihre Leiche wurde nie gefunden. Auch über Sonja Engelbrecht werde ich bald mal ein Video machen, beziehungsweise eine Folge, je nachdem, wo ihr mich gerade hört. Da werde ich auch noch mal kurz auf die Theorie eingehen. Aber ob Christine Hader jetzt wirklich das Opfer eines Serienmörders wurde, weiß ich natürlich nicht, laut den Ermittlern geht man ja eher von diesem Bernd aus, der es eventuell gewesen sein könnte, aber es gibt eben keine eindeutigen Beweise dafür. Es gibt eben nur, sage ich mal, viele Sachen, die ein wenig, ja nennen wir es mal komisch sind. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, was ihr dazu meint. Für mich sind das auch so ganz viele komische, wir nennen es jetzt mal Zufälle in dem Fall, weil bewiesen ist nichts. Aber vielleicht kanntet ihr den Fall Christine Hader ja, ich glaube, der war noch nie bei Aktenzeichen XY, falls doch, dann korrigiert mich bitte. Aber falls er da nicht gewesen ist, laut meinen Infos war er nämlich, glaube ich, nicht, wäre das eigentlich mal ein Fall, der wirklich da noch hingehören würde. Vielleicht würden dann auch noch mal Zeugen auspacken, die vielleicht sich immer noch nicht trauen. Ja, was sagt ihr zum Fall von Christine Hader? Erkanntet ihr ihn überhaupt und was sind eure Theorien zu dem Fall? Das würde mich mal sehr interessieren. Und hiermit beende ich dann die heutige Folge und sage bis zum nächsten Mal. Eure Lia. Bis zum nächsten Mal.